Das ist doch keine Hostessenschule. Da bist du ja endlich. Wir haben schon auf dich gewartet. Tag, Tag. Bin ich hier richtig? Hostessenschule Bleier. Aber sicher, Lady. Im ersten Stock erwartet Sie die Frau Lehrerin. Darf ich das Hostesschen hochbringen? Ich möchte lieber gehen. Lass nicht, Opa. Zieh auf. Bitte, lassen Sie mich gehen. Ja, ja, mach einchen. Scheiß dir den gleich ins Hemd wegen dem Krach. Du wirst doch nicht abflippen. Los, da geht's auch. Weißt du was? Wenn es dir nicht passt, dann kannst du gehen. Du kennst doch deinen Vertrag. Zehntausend. Und dann kannst du abzischen. Du kannst doch lesen. Zahl die zehntausend Piepen und mach dich dann gefälligst vom Acker. Ist das klar? Hä? Kannst du zahlen? Ich warte. Aber es ist doch, dass ihr ein Hostessenschule wäre. Sonst hätte ich den Vertrag nie unterschrieben. Ist denn das etwa keine Schule? Hier, das ist eine Lehrerin. Und ich, ich bin der Professor. Lehrerin? Du willst mich wohl verarschen, du Rabe. Denkst du, du kämst aus dem besseren Urwald, hä? Hau ihr doch richtig in die Fresse. Das Miststück. Hier was, die Neue. Na, und? Die Neue. Du Armleuchter, soll ich sie vielleicht einreiten? Schick sie in die Arbeit, aber nicht in den Aufzug da. Los, los, verschwinde. Kümmere dich um sie, Linda. Komm, Kleines. Ich zeig dir was Schönes. Komm, Kleines. Ich zeig dir was Schönes. Mach die Finger von der Kleinen. Keine Aufregung, Schnulli. Sag nicht immer, Schnulli, ich mag das nicht. Aber mach mir aus ihr keine Vogelscheuche. Ist genug, wenn du so rumläufst. Steck sie drüber wieder raus. Schmeckt, ja. Stecken dir doch zur Abwechslung mal in den Arsch, sonst brustet ihr noch ein Loch in die Birne. Los, verschwinde und wasch dir die Pfoten. Dali. Und jetzt zu dir. Na los, zieh dich aus. Ich zeig dir jetzt, was wir hier zu tun haben. Na los.